Hallo, ich begrüße euch zu einem weiteren Teil. Monkey Island, wie ihr seht. Ja, ich sollte dem Affe Banane bringen, aber wo finde ich denn? Können gehen, ist guter Boot. Hä, was? Du sollst dich nicht bewegen, du sollst benutzen. Auf geht's. Wo finde ich denn jetzt den Affen? Der war doch ganz da unten. Muss ich jetzt den ganzen Weg zurücklegen? Ernsthaft? Oh, komm schon. Okay, wenn ich da drauf drück, wo der Pfeil ist, dann paddelt der Guide. Boah, schneller. Guck mal, wie viel Muckes dauert. Sieht man dem Kerl schon nicht an, ne? So, wo ist mein Affe? What? Hä? Du solltest die Bananen dem Affen im Dschungel bringen. Wo ist der Dschungel? Lass mich nur kurz gucken. Hä? Wenn ich jetzt noch mal viel für den Trick schicke, dann mich wieder hoch. Ist nicht dein Ernst, oder? Da oben ist kein Dschungel. Ich hab doch doch ohne Affe gesehen gerade. Bin ich jetzt verwirrt? Ja, gell? Hä? Du solltest die Bananen im Affen nehmen schon. Will das Spiel? Das Spiel will mich gerade reinlöchern, oder? Zu oft Hilfetaste gedrückt wird das so. Okay, kurze Pause. Ich suche jetzt mal kurz den Dschungel, weil sonst muss ich zu viel schneiden. Wir sehen uns gleich. So, da bin ich wieder. Ging eigentlich recht schnell. Ich bin am Strand. So, und jetzt geht's zum Dschungel. Da war nämlich der Affe. Affe. Hallo Affe. Süß. Okay, warte. Bananen. What? Ist denn jetzt falsch gemacht? Gib Banane dem Affen. Ja, und jetzt? Jetzt wird der Bananen. Sehr schön. Vielleicht kannst du den Affen mit etwas locken. Gib dem Affen Bananen. Affen mögen Bananen. Hab ich doch gemacht. Will er noch, René? Ich habe ein paar im Inventar. Hm, so ist es im Allgeber. Okay. That doesn't seem to work. What? Gib Banane dem Affen. Da frisst sie mit Schal, ne? Hey, das geht jetzt so lang, bis ich keine mehr habe. Okay. Ich bin gespannt. Ich habe nämlich gleich keine mehr. Jetzt habe ich nichts mehr. So. Und nun? Der Affe folgt ja jetzt. Vielleicht kann er dir helfen. Das finde ich cool. Dann geht man hier. Okay. Der Affe folgt mir jetzt. Jetzt habe ich aber keine Banane mehr. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mache. So. Nimm den Affen mit auf die Lichtung im Osten der Insel. Okay. Dann gehen wir mit dem Affe zur Lichtung. Gucken wir mal, wie der man hochläft. Süß, oder? Find ich cool. Lichtung. Flussgabelung. Die Lichtung war doch im Osten, ne? Oder nicht? Osten gesagt hat doch, ne? So. War die Lichtung nicht. Das, wo man den Stechen fallen los, ne? Geil, Borsche. Ah, okay, wenn ich... Ja. Nee, das ist das, wo der Typ... Okay. Ah, jetzt weiß ich, da bin ich das letzte Mal nicht reinkommen, weil... Weil das Tor immer wieder zugange ist. Schiebe Nase. Okay, dann zieh mal. Ist auch kein Problem. So. Wenn ich jetzt aber so durch will... Dankeschön. Das war eine gute Idee. Und was mache ich jetzt mit dem Affe, guck du? Wo? Wo? Mikriges, kleines Idol. Kann ich die klauen? Genau. Kann ich die klauen? Okay, jetzt vermassst du alle mitnehmen? Okay. Okay. Aber den Kleinen, Dunno, oder? Ja, absolut. Rechen, Gart, Borsche. Verstehe ich voll und ganz. Okay. So, jetzt soll ich mit dem Idol wieder zu der Kannibale. Stimmt's? Warte, wenn ich jetzt auf Hilfe kriege, das kommt. Mhm. Du solltest das erbärmlich kleine Idol geben. Okay. Hey, die wollten mich fressen. Jetzt soll ich doch hin zurück. Hallo, F-Stin, der hängt immer noch. Dankeschön, war sehr lieb von dir. Kommst du wieder mit? Komm, Baby, komm. Wir werden jetzt doch nicht hängen los, oder? Wie das immer verhungert wie die. Nee, oder? Ist mir deine Ernst. Oh. Was ist mir mit der Bar? Ich bin nicht ganz traurig. Finde ich jetzt nicht lustig. Wo ist mein Paddelboot? Ja, hallo. Oh, wie finde ich nicht schön. Ich hätte jetzt gar nicht zu der Kannibale benommen. Okay. Das finde ich traurig. Jetzt ist er wieder so langsam. Kann ich das irgendwie verschnellern? Ah, so rum geht es schneller? Ob dann? Nö, nö, nö. Ich drücke jetzt mal auf den Pfeil, wo der Pfeil hier zeigt, weil dann geht es schneller, habe ich festgestellt. Wenn ich nur da irgendwo drauf drücke, dann paddelt der da Stunden. Geh mal halt nur mal zu den blöden Kannibalen. Puh. Okay, dann lege ich mir das Paddelboot ab. Und ab zum Dorf. Die sind wahrscheinlich nie gut auf mich zu sprechen. Aber hey, ich war eh nix bei euch. Eiern Ernährungsberater und echte Vorabgebote. So, warte, wenn ich jetzt zurückgehe, sind sie hoffentlich dumm. Ja, ich kann mich von euch nicht rennen. Pfff. Ja, sehr viel. Esst mich nicht. Okay, dann kocht mich halt hinter dir ein dreikürziger Affe. Ich gebe euch alles. Nee, nicht alles. Okay, gib. Wo ist es denn, du? Lemonhead. Lemonhead. Ach, das ist ein Lemonhead. Ja, für klar, dass sie drinnen guckt. Made by Lemonhead. We should take this to the great monkey. We are very grateful to you for this fine gift. Ähm. Du hältst es her, oder? Ja, jetzt hätte ich aber gern den Bananen. Bananen, ähm, Sammler. Kann ich den holen? Ich tue erst auf. Yes. Bananen, ähm, nimm. Boah, den muss ich jetzt durch den Dschungel drachen. Hopp, schnell raus. Ich habe schon wieder was geklaut. Nix wie ab, du. Ich habe nämlich jetzt nichts mehr versen. Noch nicht im Moment Bananen. Ach, du guck mal. Ah, du guck mal. Ah, du guck mal. Kann ich mit dem Heter? Ich habe den Bananentrücker. Bring den Eingeborenen doch den Schlüssel zum Aktenkopf vorbei. Nein, das mache ich bestimmt nicht. Der ist so cool. Habe ich einen Schlüssel jetzt? Wo ist denn mein Schlüssel? Ich habe keinen Schlüssel. Benutze den Affenkopfschlüssel mit dem Ohr des, was? Das riesen Affenohr. Ja, okay. Aber wo habe ich denn den Schlüssel? Wo komme ich jetzt wieder her? Wo muss ich jetzt wieder her? Moment. Doch, du warst. Du will ich hier. Geht die Sache ein bisschen schneller? Ja. Yes. So geht es schneller, wenn ich in die Mitte drücke. Muss mal wissen, gell? Aber so langsam kriege ich mal das Spiel auch in den Griff. Okay, ab in den Jungle. Das ist toll. In the Jungle, the mighty Jungle. In the Jungle, the mighty Jungle. Okay, dann machen wir das doch mal. Wir öffnen den Affenkopf. Benutzen er. Ist er das? Was bitte ist denn das? Das ist er. Werd ihr dort drauf kommen? Affenkopfschlüssel, das ist wie das ist. Das ist ein Affenkopfschlüssel. Fertig. Punkt. Mach das Ding auf. Ach ne. In das Nase. In das Ohr natürlich. Das ist ein Ohreputzer. Warte. Das ist ein Ohrenputzer. Warte. Mhm. Das benutzt man mit den Ohren. Sollen wir zwar eigentlich nicht, aber okay. Gehe. Benutze. Ach so. Blob, 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 blob. Benutze. Wo bist du? Rede. Wow. Guck mal. Oh, kalt, ne? Unglaublich. Wow. Jetzt bin ich in der Lava. Jetzt wird es aber heiß hier, ne? Ein paar Kannibale, die würde ich dann in die Mutter reinschmeißen und es ruft der Insel. Pilze. Die sehen aber irgendwie uchsund aus, die Pilze. Du wirst etwas brauchen, das dir den Weg weist. Nee. Ich soll noch um zu der Kannibale. Hey, der jagt mich. Hi, zurück. Hi, zurück. Ein bisschen schlafen. Kannibale weisen mir den Weg. Hopp geht doch nun wieder raus. Hallo? Ach so, der hoch. Schlinge mal uns an der Affeknochen hoch. Seht aus wie die Halswirbel soll. Als muss ich wieder ins Kannibale-Dorf zurück. Du solltest die Kannibalen fragen, ob sie dich durch die Höhle bringen. Ja, okay. Höhle, Höhle, was waren gestanden? Höhle oder Höhle? Aber ich glaube, das kommt das Gleiche raus, ne? Tschüss, mein Äffchen. Es tut mir echt leid. Jetzt geh ich noch mal zu den Kannibalen. Ich liebe die Kannibalen, ne? So gern, dass ich sie zum dritten Mal besuche. Alle guten Dinge sind ja drei, ne? Ai, 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 ai. Kann man das nicht immer machen, so mal, ne? Wäre einfacher. Naja. Alle guten Dinge sind drei. Guter Titel fällt mir gerade ein. Warte mal, ich muss zum Strand, in den Dschungel. So langsam habe ich den Drehhaus bei dem Spiel. Und zum Dorf. Hallo Freunde. Ja, bitte? Nö, 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 nö. Ja, natürlich. Da ist eine Sache. Ich suche jemanden. Ich brauche ein Schiff. Ein Schiff? Ey, dieses ist Lava. Da kommt mein Schiff mit rein. Warte. Ah. Hallo. Das geht nicht. Gibt den Kannibalen das Merkler klarer Kopf beim Navigieren. Okay, dann brauchen wir ein Schiff. Oh, ich kenne den Spau her in den Haufen der Hütte. Oh, ich kenne den Spau. Und auf die zweiten dauer. Wir haben schon so viel gemacht. Na, wenn es nichts von uns gibt, lass uns wissen. Ein nötiger Kerl, Erschwoll. Oh ne, beziehen sie weg. Habe ich schon fast befürchtet. Ich hätte nicht mit einer Redesolle. Sind sie wieder doof? Hm, wenn ich einmal ins Inventar gehe. Moment, wo ist denn das? Das ist es. Okay, pass auf. Gib. Ach, kommt schon. Was seid ihr denn jetzt? Muss ich wieder raus und wieder nahe? Wo guck mal denn? Okay, wieder nahe. Da kommen sie. Ich kann, ich kann nicht, drücke. Wenn ich rede, kann ich nicht drücke. Bis ich das jetzt mache. Yes. Ja. Kann die Pahle, die endlich schon zivilisiert, okay. Der nicht mehr lebt, aber ich suche jemanden, der nicht zivilisiert ist. Ich suche 30 tote Kerle und eine schöne Frau. Aber ich suche jemanden, der nicht... Ja, ich nehme das. Ich denke, ich möchte noch mehr über ihn hören. Hm. Wait, maybe he's talking about those dead pirates. Jetzt genau den wenig. Ja, ja, those guys. Then you've seen the ghost pirate Lechuk and his Kadaris crew? Those jerks have been bugging us for months. Zooming around here in that creepy ghost ship of theirs, Wailing and moaning until all hours of the morning. Scaring away all the cruise ship business? Kruzfahrtschiffe? Okay. Na, vielleicht rudert Mutti von Titanic vorbei. Was ist denn in diesem Spezialtrank? Uh-huh. Well, your main ingredient of the potion is a very rare route. In fact, there's only one in existence. We only use a little bit at a time, you see. Uh-huh. The Chuck stole the whole thing. Oh! Where is he hiding? He's in a place beneath this island. Somewhere in a huge system of catacombs. A hellish place filled with the wailing of tortured souls trapped forever in the rock where the walls bleed and the air is thick with the rancid smell of pure evil. Tourists used to line up for hours to see it. Hat euch dann das Gewerbeaufsichtsamt geschlossen? Nee, oder? Und dann kam LeChuck und alles war vorbei. Richtig? And then LeChuck came and ruined everything, right? No, we lost the key. It was stolen. Well, we loaned it to a hermit who lives on the island. Ah! Rusty old pantless weirdo brings it back. We're keeping his banana picker. Um. LeChuck came in here and stole your route? What a cat. I suppose stealing bananas is any better. I'm off to find LeChuck and get the route. Sorry, but it's just not that easy. Trying to find LeChuck could be very dangerous. You'll never find their way through the catacombs without them. Hey! Ixnay on the Edhe and the Avigator, nay. What? What? Nothing. Nothing. Was ist deine Opfga? Ist die Avictur? Warum redet die andere so komisch? Ach, du... Ude, uye, Abhe, eh, Abney, Ave, Ave, Atacombs, kay? Ari say. Oh, no. We could at least tell him what the hat done. Was der guckmacht, Jan. It's a navigating tool. It's a hand. It was once attached to a navigator. We kept it alive magically, so we could take advantage of its innings. Aha, okay. Dann braucht ihr mal Puck, würde ich euch gerne mal geben. But it's our only one, so you can't have it. I guess we have nothing to offer you. After he gave us that nice idol tool. Feel free to come to the great monkey and visit your idol anytime. Ciao. Anyway, Lemonhead, what was that you were saying about Trump? Über Olivenöl sagen. Ob nicht eigener Ernst. Gib. Well, look at this. It looks like instructions on how to get a head. We could get hit our head and use these instructions to get ourselves a new one. Mm-hmm. 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 Looks pretty good for a dried-up old head, doesn't it? Mm-hmm. 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 Okay. Super. Antigeistlösungsmittel. Okay. Das wirkt. Okay. Ja, das wäre ich brauche. Okay. Was will er denn als nächstes? Kann dir helfen, durch das Labyrinth zu kommen. Okay. Aber ich würde sagen, das Labyrinth suchen wir in der nächsten Folge auf, weil Aufnahmen geht jetzt auch schon lang genug. Ich bin gespannt, wie wir da durchnavigieren mit dem Kopf. Wird bestimmt lustig. Ich danke euch fürs Zusehen, für eure Zeit und bis bald. Tschüss.